auf jeden fall los geht's ich will mal geschmacken wir uns das jetzt verschlägt jeder spiel uff was ist denn das hier ok wir haben ein riesiges plateau auf jeden fall einmal eine statue what die leute bringt auf jeden fall mal extra punkte deswegen haben wir einfach mal in die mitte ein hier in die mitte und hier holzfäller pack kommt mit holzfällern an ganz klassisch alter was man gönnt uns ja hier richtig geht auch richtig viel wald das sind muss man natürlich dazu sagen 26 glaube ich auch wo war 26 höchste der gefühle glaube ich 27 19 15 war hier so das höchste mehr kriegen wir nicht raus glaube ich deswegen hauen wir das ding mal wieder da hin und dann hier so ein ah dann auf jeden fall hier das regelwerk hin alles guck mal trotz des minuspunkten kriegen wir trotzdem hier noch 13 punkte na komm ok jetzt kriegen wir nur noch einen in der hoffnung dass wir noch ein paar holzfäller generieren wir können den können wir mitnehmen so statt wir waren wieder mit einer stadt komm her mein schätzchen hier kommen die normalen häuser hin auf jeden fall so die bäume lasse ich erstmal da siegelindustrie hier können wir uns mit leider mit aus wir können über 15 punkte hier machen so ja oder man hat es äh hellsfäller ja ein hellsfäller man kennt sie ja dann auf jeden fall hier hin zack zack na komm scheiß auf die paar bäumchen da äh so oh yeah Steinmetz wo machen wir denn dich denn mein Schatzi ja ja und wieder ein stadtzentrum äh wo gibt es minuspunkte für holzfäller gelagert gibt es keine minuspunkte ok dann hauen wir auf jeden Fall hier ein stadtzentrum hin 我 哦 holzfäller mhm 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 nd n n n n n do Zwölf. Dreizehn. So, wir gehen jetzt auf Brauerei. So. Brauerei gibt auf jeden Fall immer noch mal Geld. Ist ja nicht verkehrt. Oder hier. Sobei, da wär auch nicht unklug gewesen wahrscheinlich, oder? Hm. Versuch halt jetzt schon mal relativ nah aneinander zu bauen, ne. Damit wir später vielleicht davon profitieren können. Wer weiß das schon. So. Neun Punkte. Kriegen wir nicht noch vielleicht ein bisschen mehr? Ja. Sehr schön. Chamon, ey. Man kennt ihn. Kollege, wo setze ich dich hin? Blümchen gibt's auf jeden Fall alle Male hier. 33, wa? 38. Alter. Ne, komm, da wird gar nicht weitergeguckt. Ich glaub, mehr Blümchen gab's hier auch nicht. Ne, ne. Safe nicht. Das hätte nicht mehr Punkte gegeben. Geil. 15 Punkte. 15 Punkte ist das höchste. Ne, wir sind da. Ja, komm. Komm. Wir reden nicht drüber. Aber reden damit. Ja. Oh, das passt wie Butter, ne. Aber das Stadtzentrum, komm ich nicht mit. Das passt halt wunderbar eigentlich. 12 Punkte. Oh, das war... Oh, das wär wunderbar gewesen. Ja, Häuser haben gefühlt eine größere Reichweite, oder? Hm. Wir haben drei weitere Dinge einfach schon mal hier in der Rückhand. Wie geil ist das denn? Ja, Fischer. Stadtzentrum. Ja, gut, da können wir jetzt nicht so viel falsch machen. Hoffe ich. Reiz habe ich ja irgendwo schon gesehen. Ja. Lass ich nehmen auch den hinten noch mit? Ja. Sandgrube. Okay, neun Punkte. Das kriegen wir besser hin. Äh, 15. So. Ziegelei. 21 Punkte. Möchtens ist das wahrscheinlich... Oh, hier hatte ich ne 23. 28. Jackpot. Oha. Häuschen. Ah, dass das da nicht geht, ne? Die sind so ete pete, die Villa-Bewohner, ne? Die wollen mal ganz nah am Stadtzentrum sein. Ja, ja. Das sind mir die Liebsten. So. Ah, das ist jetzt schwierig. Wer kennt nicht die Holzfällerlager mitten in der Stadt? Standard. Kennt man nicht anders. Ist man gewohnt. So, wir haben einen Fischer. Äh. Ja, 13. So viel mehr kommen wir da wirklich nicht raus. Im Brunnen können wir auf jeden Fall ordentlich Punkte mitmachen. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das wir das Haus noch nicht reingesetzt haben. Oh, ja. Pff. Das schmeckt. Boah, ja. Hm. Es regnet Geld. Mega. Das war schon, äh, geil. Ach, komm schon, ey. Ah. So, jetzt haben wir es aber wirklich ausgelotet damit den Willen. Mehr geht nicht. Hm. Oh, guck. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal diesen Millimeter da an. Ach, wir kriegen es sogar noch hin. Das war ja wirklich richtig close, ey. Oh, Mann. Ich werde, glaube ich, sehr oft Oh Mann sagen. Wir haben schon die Hälfte für die nächste Insel. Das kriegen wir da vorhin oder nicht? Bitte. Einen Schaman haben wir. Acht Punkte. Boah, das klingt nicht so geil. Dahinten einfach. Neun Punkte, zehn Punkte. Hm. Elf. Ah, nehmen wir die Elf, oder? So. Ach komm, das wird auch zu schön gewesen, oder? Na gut. Hm. Du dufe Villa, ey. Dazu kann ich nichts mehr sagen, ey. Ach, nö. Okay, Villa geht jetzt hier nirgendwo mehr rein, glaube ich. Also könnten wir das theoretisch auch hier oben ranhauen. Oh. Irgendwelche Bonus, äh, Bonis nachher vielleicht. nur meinen brunnen für mich als ihm das ist fast wie 38 hier besser wird es nicht ja ordentlich eingezahlt 25 das ist zu schön um es nicht da rein zu bauen sorry aber das passt ja auch perfekt wie die faust aufs auge 19 20 punkte ich hab das schon nicht gut aber dass der parker zwingst noch mal punkte gibt es ist echt wie ein puzzle mittlerweile hier ich sage euch das hier nicht ich glaube wenn wir dann den tempel oder so noch mal bekommen das plateau dafür ist auch frei ich habe zwei bekommen geil schmeckt das schmeckt nicht schlecht punkte und wir den hier machen ich kann meine dose gestoßen gehöre ich mir ein stückchen unser hauptfeld wächst und wächst auch weiter wächst und gedeiht ah ok langsam wird sie kritisch mayday mayday den turm den turm finde ich gut den nehmen wir 31 punkte das ist ja wohl richtig lecker so da wird das ja die stadt noch erweitern werden ist glaube ich in die mitte ganz gut ach ist das schön der vier punkte ist natürlich scheiße da kriegen wir unten mehr oder auch nicht ja doch na gut ne schamanen haben wir wieder 45 nehmen wir mit man merkt vielleicht dass ich bin fühle ich auch richtig mit muss ich auch einfach mal sagen so 13 punkte so holzfäller das kannst du knicken wir können natürlich sagen dass wir ja die 10 nehmen oder die stadt herunter rumbauen weil park gibt ja immer noch mal punkte für die häuser machen wir einfach mal sehen das wird auf jeden fall gut reinpassen hier aber auch 20 nachweis lager ja goldmine mügel für alles mögliche halt ne 9 punkte 12 16 22 anna gerade ok nevermind 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 ja das ist jetzt schwierig mit der ziegeleine also im standard kriegst du immer 9 anscheinend ich habe gerade ah guck mal wir kommen wir kommen wir 13 machen wir auf jeden fall dann 20 alter aber mit dem nächsten hopfenfeld wird es dann schwierig ich würde dann gerne den platz für ein hopfenfeld da lassen und wir haben unsere ziegelbrennerei basis score 6 24 ich glaube wir kriegen sowieso die meisten punkte raus behaupte ich jetzt dann hauen wir das ding hier hin lecker nein nein moment die steine gehen auch weg da mit dem platz besser nutzen da ist der zirkus ja oh ja der zirkus sieht auf jeden fall lohnender aus als eben äh 28 glaube ich so das höchste der gefühle jammy jam schön ein schamaner haben wir wieder aha 33 habe ich gesehen 35 ja würde theoretisch auch gehen aber darum ist halt ne 42 never mind bin da lager kriegen wir auch nochmal ordentlich punkte hier ja auch nochmal durch die brauerei 3 wir haben jetzt schon wieder 3 und sind noch nicht mal fertig ey Leute es läuft der hype ist mal sowas von real heilige makrele ey äh ja ne 8 na komm komm nimm wir die goldmine alter was geht noch ein türmchen haben wir ok turm und turm gibt auf jeden fall minus punkte mhm wir können auf jeden fall so 19 punkte 20 abgreifen 22 26 na komm also ich glaube wenn ich mich recht entsinne das spiel kostet momentan 5 euro auf steam das ist finde ich vollkommen in ordnung für das was du bekommst pfff ich bin auf jeden fall mega hyped 7 und 37 punkte leute haben wir eben im jubilium nicht ansatzweise hinbekommen wir haben auch keinen platz davon ab warm oh ja hm 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 jo so elf punkte höchstes der gefühle alles klar wie ist denn das mit dem schamanen ok nicht ansatzweise oh hier oben haben wir aber auch was ne sonst hauen wir das ding ja hier oben hin ich hab gar nicht gesehen das ist doch nicht mehr normal was wir hier raushauen der markt ja komm gib mal her äh villa stadtzentrum ok 37 43 habe ich glaube ich gesehen ja auch nicht 45 sogar guck mal dahinten damit fuck hohoho oh man ich feiere das mega aber ich glaube das merkt ihr ach ach du heilige es regnet punkte ah fünf ist eher kritisch aber auch sechs ist jetzt nicht die menge acht ach komm und hier haben wir auch nochmal ah mit dem bäumchen erzählen schade ich wollte gerade gucken ob ich den park ja auch runtersetzen kann aber man kann nur das letzte gebäude rückgängig machen na gut neun punkte habe ich gerade gesehen ich bin beim schaman ne resort guck mal ob wir damit jetzt wieder auf die schnauze fliegen übrigens dann fast die nächste insel ok ok 28 20 30 sind im pot wer bietet mehr wer bietet mehr ich glaube mit mehr als 30 ist nicht möglich uuuuuh doch doch gut hier wird schwierig aber hier 32 33 habe ich gesehen ja gut dann hier ein kleines resort und wir haben die nächste insel das schmeckt der Hase läuft doch einfach ne er hoppelt aber sowas von mega geil ja ich möchte halt mir nichts zubauen hier zehn habe ich irgendwo gesehen ja neun könnten wir ja auch noch rauskitzeln und wird es langsam schwierig so ein park hinzusetzen ne ja ne wir haben hier zehn gesehen Moment Moment gut guck euch mal mittlerweile auch die Stadt an ne schon cool Taverne wir kriegen viel zu viele Parks möchte ich mal sagen ähh Stadtzentrum Brauerei hier würde das gehen wow für 47 ok 47 zum ersten ist aber auch lecker da rein ne wow die Brauerei gibt glaube ich nochmal ja die gibt halt 18 Punkte ne ja dann nehmen wir die 47 auf jeden Fall das sind ordentlich viele Punkte meine Herren ok ok hier würde ich das für die Städte tatsächlich hier vielleicht nochmal einen Park hin aber dann würde ich jetzt die anderen hier runter hinsetzen weil hier werde ich ja später früher oder früher oder später auch nochmal Häuser ansetzen oh bei 15 nehme ich nochmal mit ich habe auch gerade um 12 Punkte nochmal gesehen das würde noch gehen nehm ich mit ne Brauerei haben wir wieder wir müssten eh ein neues Feld an sich anbauen wir können natürlich den Fortschritt ja nicht wirklich mitnehmen hm hier vielleicht hier können wir den Fortschritt ein bisschen mitnehmen machen wir dann da hin komm da haben wir den Tempel da ist er komm wenn der da nicht Minuspunkte ey ach du gehst mir richtig auf den Keks Mark gibt Minuspunkte Zirkus gibt Minuspunkte achso Plateau Statue Schamane oh das ist so teuer ey der kostet uns ja richtig der Kollege ich kann den ja jetzt schon nicht leiden ich dachte so Tempel ich habe das halt nicht mir nicht gemerkt ne wo so richtig Minuspunkte dadurch entstehen oh ja so viele Möglichkeiten haben wir leider nicht ne Wasser kann ich auch nicht versenken ja hier ist das kleinste Übel mit 17 Punkten glaube ich oh oh Tempel du stinkst krass nach Kotze ey wirklich ahhh nö 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 da könnte vielleicht nochmal so ein Häuschen hin passen oder auch nicht ne schade ne schade ahhh ahhh ne nicht wirklich sieben Punkte so ein bisschen gehen wir hier mehr raus mhm 6 7 ahhh ja hau ich stich denn hin gibst du beim Ressort Punkte ja theoretisch warum nicht na komm warum nicht Stadtmauer was haben wir denn jetzt da aha aha hier ja gut überall Punkte gibt's eigentlich mit allem so richtig was mit Stadt zu tun hat glaube ich so ja ja ok das wäre ne komische Mauer muss ich gestehen wenn die hier so ist hier wird sie passen ein bisschen 8 Punkte ah da würden wir Punkte nochmal kriegen durch den Tempel da unten das ist auch nicht verkehrt weißt du was ich glaube wir setzen mal hier was hin und hier ah ist schon cool ah ist schon cool hier gibt's halt keine Punkte ne ist auch 14 Moment mal aber na komm na komm da waren irgendwo 14 das Ding ist ich möchte da schon gerne auch ne cleare Mauer drum haben ach komm reden wir nicht drüber let's do not talk about that das ist ein großes Häuschen das hauen wir mal hier unten ran genauso wie das hier oh ja 9 ja komm den wir mit ne ja schon geil ja guckt euch das mal an bitte kurz mal fürs Thumbnail positionieren so so ist doch schick ne finde ich auch so und wir sind damit